Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Wir rollen hier schon wieder diesen Abhang runter und ich muss gleich mal den Thermomaten reinmachen. So, wir haben gerade nämlich Siliziumdioxid 13 Tonnen geladen. Das muss nach Barstow zum Rail Export und das wird heute um 6.40 Uhr erwartet. Wir haben jetzt 10.43 Uhr und wir kriegen dafür 2.934 Euro. Wenn ihr euch fragt, warum wir nicht so viel dafür kriegen, wir testen nämlich gerade die beiden LKW-Modellse. Einmal den Peterbilt und einmal den Kenworth. Die sehen ja eigentlich relativ gleich aus. Und das eine Manko beim Kenworth war, dass man nicht sieht, wenn er eine Motorbremse hat, aber ich finde den hier vom Äußerlichen nicht so schön. Dafür hat er aber die Anzeige von der Motorbremse. Und, ähm, ja, da sind wir halt gerade mal am gucken, welchen wir hier von jetzt wohl nehmen. Weil ich finde die mit der langen Schnauze eigentlich schön, aber die sind für YouTube nicht so gut zum Aufnehmen. Oder für andere Plattformen, wo man irgendwas aufnimmt. Da sind die auch nicht so gut für. Und, ähm, ja, noch irgendwas? Nee. Ja, dann fahren wir hier mal auf, auf den Highway hier. Und machen den Tempomaten mal wieder rein. Hier ist die Tempomatenanzeige auch ziemlich klein. Die sind hier irgendwie in allen LKWs ziemlich klein. Da vorne ist wohl ein Flugzeug. Erinnert mich irgendwie an den Farmexperten, wo ich ja leider Blue Screen hatte beim Starten und der seitdem nicht mehr startet. Naja. Kann man leider nicht ändern, wahrscheinlich. Ich kann's ja nochmal ausprobieren, aber ich denke mal, da wird nichts kommen. Höchstens ein Blue Screen wieder. Und das ist ja auch nicht schön zum Computer, glaube ich, ne? Also, so oft werde ich das auch nicht ausprobieren. Äh, ja. Ach, zwei Stunden, 56, 55 Minuten noch. 54, die Zeit fliegt hier wie im Fluge, wie das Flugzeug gerade. Und hier müssen wir schon wieder auf die Abfahrt. Rauf, sozusagen. Auf die Abfahrt rauf fahren. Auffahren, auf die Abfahrt. Naja. Ach. Äh, und da müssen wir jetzt links. Nichts sind die ganzen Transporter hier. Oh Gott, ey. Warum? So, da kommt gerade einer. Dich lass ich mal durch, Kollege. Das ist nämlich so einer, wie der dann aussehen würde mit dem Auspuff, was ich letztens meinte. So, dann fahren wir hier mal rum. Und da haben wir unser Anhänger auch hinterhergezogen. Der sieht nämlich mit Volk aus. Und so sieht unser Anhänger aus. Da hat so ein paar Steine drauf. Und ja, das ist gerade der LKW, den wir haben. Ich halte bei der nächsten Tanke mal an, um zu gucken, wie der von außen so aussieht. Ähm. Weil der hat jetzt ja keinerlei Aufbau. Und, äh, bei diesem hier stört mich, dass der nicht so, nicht so, ähm, schnittig aussieht. Weil der andere hat noch so, so zwei hervorstechende Kanten am, am, an der Motorhaube, finde ich. Und der hier hat das nicht so. Guck mal, kommen wir gerade sowieso nach Bakersfield. Also, ich fahr jetzt zu einer Tanke, die auf dem Weg liegt, ne? Ich fahr jetzt nicht extra links da rüber, um dann da hinzufahren. Spätestens beim Abgeben von einem Anhänger oder beim Abliefern können wir uns hier nochmal angucken. Oh, Gott. Hab schon gedacht, jetzt wär' wir geblitzt, aber sind wir tatsächlich dann auch geworden. Oder geblitzt worden. Geblitztdings sind wir jetzt. Voll gut, halt. Ich drück auf die Turbo, ich muss ja noch rüber. Eieieieiei. Eieieieiei. Ach, gut. Das Brot haben wir noch nicht mal gesehen. So, hier war ja das große Tralala wegen dem LKW-Händler aufdecken. So. Dann hau' ich hier gleich mal... Ne, ich will den Tempomat nicht reinmachen, weil da vorne sowieso gleich wieder 55 ist. Ja. Oh, hier geht's hinzu, oder? Na, lässt uns auch noch vor. Danke. Sehr nette Leute hier in Bakersfield. Jedenfalls im Spiel. So, und dann können wir hier mal ordentlich auf die Tour drücken mit unserem Tempomat. Und jetzt sind wir hier auf der... auf der Street, denke ich mal. Wie heißt denn das überhaupt, wenn's auf dem Land ist? Wenn ihr's wisst, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Äh, weil Highways ist ja nicht wirklich, oder? Keine Ahnung, wie das heißt. Manchmal sind wir hier auf der Nummer... 58. Und dürfen hier... 55 fahren. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Jetzt gibt mal... Gib mal Gas hier. Ja, was los? Mann, Mann, Mann. Die sind gemeingefährlich, die Busse. Und hier kommt wieder diese Huckelstraße. Ja, hab ich schlechte Erfahrungen mit. Einmal von der Straße abgehoben und überschlagen. Ja, ich glaub, wir gucken uns den Truck bei der Abgabe an. Bieg, 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 bieg. Oh, gut. Und hier ist so richtig schöne Wüste, oder? Hier mit diesen, ähm... Wie heißen die? Irgendwas mit Tumble, oder? Tumbleweed? Ich glaub, die heißen Tumbleweed, ne? Diese Strohbräulen. Ach, ist das schön hier. Dann noch diese Musik dazu. Wenn wir ein Stück lauter machen. Oder auch nicht. Also viel geht auch nicht mehr. So, da vorne ist eine Raststätte. Und ihr seht schon, wenn ich in der Außenperspektive bin, schwenke ich es doch schon ziemlich. Das ist nur, weil ich in der Außenperspektive bin. Guck, wenn ich jetzt hier bin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht immer so eng aus. Warte, hier. Halten wir mal an. So. Da seht ihr, was ich meine. Der Auspuff ist irgendwie ziemlich weit auf dem Dach noch so rauf. Und der hier hat diese schnittigen Kanten nicht, finde ich. Außerdem finde ich den Kühlerkörner nicht so prickelnd. Also vom Optischen her würde ich doch eher zum Kennwurf tendieren. Und hier ist der Anhänger auch von der Coastline Mining. Gesellschaft. So, einmal das Mikrofon richten. Gut. So, dann biegen wir hier mal wieder auf die Straße rauf. Und den Auftrag werden wir wahrscheinlich heute, also in dieser Folge noch fertig kriegen. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich einen LKW kaufen. Und ich glaube, es wird der Kenworth. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich finde, diese Schnauze-LKW ist ja echt schöne. LKW ist ja, alles klar. Und ja, da war so einer. Dieser Blaue Imgrad, der ist aufgerüstet. Ich glaube, das war auch ein Kenworth. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, aber so genau weiß ich jetzt... Oh Gott, was ist denn hier los? Das sind die Familie hier. Ich weiß, ob ich das richtig ausspreche. Wenn ich das falsch ausspreche, tut's mir leid. Und ja, ich tendiere eher zu dem Kenworth statt dem Peterworth hier. Weil da sind einfach viel mehr Sachen dran, die ich schöner finde. Und ja, zum Aufnehmen ist da einfach besser so einer mit kurzer Schnauze und sowas. Man hat mehr Blickfeld und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr ihn mal sehen wollt, müsst ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Dann, ähm... Ja, geil gebremst auf jeden Fall. Dann können wir ja nochmal irgendeine Mission spielen. So eine schnelle Mission. Also einfach in die Kommentare schreiben. Und dann können wir es auch mal durchziehen. Also natürlich auch, vielleicht wollt ihr ein besonderes Modell sehen. Das müsst ihr natürlich auch reinschreiben. Das kann ich dann nicht machen. Oh, diese Kreuzung, die hasse ich, ne? Da kann man sich so viel präsentiert schaden. Mensch, Mädel, enger geht's nicht, oder wie? Jetzt fahr doch auf. Du auch. Nicht. So, die Spurschmung sperrt. Hallo, ich möchte mich hier gerne einreihen. Okay. Gas stehen. Bremsen. Komm schon. Ja. Der sieht immer so eng aus. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mal jetzt nach vorne rutschen. So, jetzt aber. Mensch, war das eine schwere Geburt, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt diese Kreuzung finde ich noch am gefährlichsten. Und warum leitet er uns hier auf die Tankstelle? Ach ne, ne, macht er gar nicht. Ich dachte, er leitet uns auf die Tankstelle, weil links ist ja auch ein und deswegen sah das so aus, als würden wir jetzt rechts auf die fahren. Hier waren wir öffentlich, offiziell auch schon mal, wie es aussieht. Das Geld mit erlegt. Und da vorne müssen wir die Abfahrt nehmen. Also die nächste, äh, was sagt ich da wie immer? Nehmen Sie die nächste Abfahrt rechts. Und dann rechts halten. Und dann, äh, links. Und dann rechts. Und das ist schon wieder so eine Umgehung. Wenn wir dann schon wieder bei Huron sind, dann weiß ich auch nicht. Oh, nicht zu schnell. Ach, sind wir sowieso nicht. Ähm, ich weiß, ich kann auch geblitzt, wenn man zu langsam ist. Das würde mich mal interessieren. Na, der Pickup will da natürlich auch hin. Aber er will nach rechts, oder? Ja, sehr gut. Dann können wir hier mal ein bisschen Schwung mitnehmen. Oh, boah. Mensch, Mensch, Mensch. Und uns da hinstellen. Der späht der für uns ab. So, hier mal schlicks die Kurve. Und so. Genau, und so. Und dann fahren wir den Auftrag noch mal kurz zum Auftragsabnehmer. Und dann, äh, sind wir für diese Folge auch schon durch. Den können vielleicht noch ein paar... Oh, Gott. Ich will gucken, ich will gucken, ich will gucken. Hm. Gut, ich sag nix. Es ist zwar noch drei, vier Meter Platz, aber... Ich muss sagen, es sah eng aus. Mehr sag ich jetzt nicht dazu. Ja, der sieht auch nicht schlecht aus. Wie gesagt, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ich würde gerne nochmal sehen. Oder ich würde gerne nochmal, äh, mit dir den... Kennen wir auf den 900 jetzt mal als Beispiel fahren. Dann einfach in die Kommentare schreiben oder Kommentare hacken oder was ihr da auch alles mit der Tastatur macht. Und dann, äh, weiß ich Bescheid, dann können wir das nämlich bei diesen schnellen Missionen nochmal spielen. So, jetzt geht ein Tempo runter hier. Geht bloß schon wieder alle, oder? Wenn wir gleich neu einspielen. Ähm, so, jetzt bremsen bloß mit Gaspedal verwechseln. Da vorne geht's nämlich nicht weiter. Jo, Kollege, ich biege immer kurz ab, dann hast du mehr Platz zum Abbiegen. Ja, ich biege immer kurz ab, dann hast du mehr Platz zum Abbiegen.